Ich bin der Wolfgang, ich bin Projektmanager und arbeite im Team Zero Wild und Data Force im Online-Marketing. Ich schalte Google und Facebook-Ads und mache auch noch SEO. Sehr brav. Und wie hat dir die 20-Jahres-Fahrer gefallen? Die 20-Jahres-Fahrer war super. Ich habe leider schon ein bisschen früher, so um eins habe ich schon gehen müssen, weil ich am nächsten Tag bald raus müssen habe. Aber es war fantastisch, das Essen war gut, es waren viele Leute da, es waren getanzt worden, der Chintauer war auch wieder dabei, alles wunderbar. Mein Hobby, ich schreibe Fantasy-Bücher, das beschäftigt mich. Neben Familie und Kindern, ein bisschen Sporteln tue ich auch. Sehr cool. Und abschließend, wie viele Leberkiss-Sammeln hast du bei der 20-Jahres-Fahrer gegessen? Leider kein einziges. Ich glaube, die waren schon aus. Ja, ich glaube, der Klaus hat einen da gegessen. Wirklich, der Klaus? Ja, aber sag es ihm weiter. Angeblich hat es gar keine gegeben. Nein, das ist eine Lüge. Ja. 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 Dann. Ja.